Hurra, 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 Mère Maria! La Marseille, la Paris, la Paris, les allemands, nous les aurons, les aurons. La Paris, la Paris, les allemands, nous les aurons. Heute Morgen stand in der Zeitung, dass Hindenburg die russische Armee in die Flucht geschlagen und bis hinter die Grenze hin verfolgt hat. Hast du mit daran teilgenommen im Krampfe? Dann zogen sie von dannen in einer Kompanie Nach Frankreichs schöneren Auen empfuhren sie Es war im Tal der Bahnen, wie tobte wild die Schlacht Es war im Klopfen, wie tobte wild die Schlacht russische Armee in die Flucht geschlagen Vielen Dank.